Der Bauabschluss am Marktplatz wurde mit einem Fest gefeiert. Nach fünfmonatigem Ausweichen sind die Marktbeschicker mit ihren Ständen auf ihre angestammten Plätze zurückgezogen und feierten dies mit einem Fest. Den Besuchern wurde Wärmendes für Körper und Geist geboten, Musik und Unterhaltung, Weihnachtsgeschichten und kulinarische Spezialitäten von Suppe bis Glühwein. Die Mundartgruppe Kork aus Untershausen unterhielt die Besucher auf gewohnt mittelhessische Weise. Die Händler überhäuften die Gäste wieder mit einem reichhaltigen Angebot, Käsespezialitäten, Wurst oder ein Gesteck zur Weihnachtszeit. Die Beschicker hatten alles parat. Zwischen Brandplatz, Lindenplatz und der Marktlaubenstraße tummelten sich Besucher und Händler.